jetzt müssen wir zum tor ich glaube jetzt drei figuren zum glück drauf nur zwei aber die muss ich erst in richtige position bringen zwei nach rechts bitte entschuldigung genau zwei nach links meinte ich 1 nach vorne kann ich das ein stein nein ist er nicht doch bei mir ist ein stein vor mir direkt okay bei mir nämlich jetzt nicht das heißt wir brauchen eine andere taktik wie soll ich die denn jetzt da wenn du sagst da ist bei dir ein stein bei mir ist natürlich da jetzt keine warum müssen die das dann immer noch mit noch komplizierter machen vermute mal die figuren stehen bei dir wahrscheinlich eine links und eine rechtseine steine ich habe hier gar keinen stein vor einer einer deiner figuren das bringt jetzt auch will nix okay geh mal eins nach vorne kann ich ja nicht ach so dann geh mal eins nach rechts kann nach rechts ich kann nach rechts und nach links dann geh mal nach rechts noch eins zwei vor noch eins nach vorne eins nach links eins nach vorne eins nach links als nach vorne ich hoffe mal das klappt so ich bin aktuell zwischen zwei steinen also ich kann nicht nach rechts und nach links dann eins nach vorne das geht hier wieder nicht okay ich weiß nicht ob die gleichzeitig rein müssen nochmal nach rechts nach vorne nach vorne na die müssen gleichzeitig vorne rein ja ja du hast recht reden kollege ich sitze nicht weil ich habe nämlich hier auch noch die türme im weg das heißt ich muss die beiden dadurch bekommen und gleichzeitig auch gleichzeitig in die löcher rein buxieren die müssen da scheinbar gleichzeitig rein also wie haben wir es jetzt vorhin gerade gemacht das weiß ich schon gar nicht mehr okay jetzt 1 2 3 nach vorne wenn es geht so 3 nach vorne ja 1 nach links und jetzt 1 2 3 4 nach geradeaus wenn es geht das geht ja nicht kann nur ein nach geradeaus dann geh mal ein geradeaus in welche richtung können wir jetzt nach rechts unten und nach links dann gehen wir ein nach links gehen wir boah wie soll man das machen ich weiß ja nicht bei dir ob irgendwas sich verändert am spielfeld bei mir bleibt das immer gleich also auch von den steinen her die da rumliegen und alles die steine bleiben bei mir schon auch gleich wie soll ich die jetzt denn da gleichzeitig rein buxieren kannst du nach rechts ja mach mal noch 2 nach rechts wenn es geht okay jetzt nach vorne noch 1 so jetzt 2 nach links wenn es geht das war rechts Entschuldigung 1 3 ja ist ja gut chill so 2 nach vorne 2 nach links sorry 2 nach vorne ja keine ahnung was du getan hast ich bin äh ich bin okay du bist du bist da unten ich bin hier oben guck mal hier nach links oben ach da ähm was geht denn hier nachher jetzt habe ich Beispiel das das die Obersicht halt also jetzt das Vogelperspektive wenn man so will da ist ein x in der Mitte so ein leuchtendes was ich habe kein nix in der Mitte drehen bei mir leuchtet da was bei mir leuchtet da nix ja was muss ich machen ja ich weiß es halt nicht kannst du irgendwas machen Moment lass mir ich kann zurück aufs Schachbrett laufen warum jetzt kann ich komischerweise auch die Tür ist noch zu das bringt nix da ist aktuell nur der Raum da ja Hebel habe ich jetzt auch keinen gefunden für irgendwas also ich kann mir halt so eine Perspektive geben lassen dass ich von oben komplett das sehe ja aber wozu in der Mitte ist so ein leuchtendes x also das leuchtet richtig das ist richtig weiß ah wow ich muss dich da durchlotsen na ernst du musst da unten durch den Eingang durch den du jetzt siehst ja jetzt gibt mir Zeit oh Gott rechts hinter dir einfach nochmal drehen nein auf haltend Richtung Sarkasse ja weiter geradeaus ja 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 ok wenn du falsch gehst äh zählt das schneller ok da dir den Eingang nehmen unten runter also gehen also nicht aus dem Eingang da unten links links nicht da das ist das ist aber links wow ok das ist da musst du wieder umdenken halt ich sehe das halt von meiner Vogelperspektive aus bringt halt nicht wirklich viel solange du nicht rausgehst da aus dem aus dem Kreis ist es noch gut also du guckst jetzt da rein ok da muss ich von dir ausdenken sei es wenn du jetzt zum Eingang da guckst kannst du nicht einfach runter gucken nein ich kann halt das geht nicht ok also du musst jetzt ich sehe wie du stehst da muss ich halt immer umdenken wie du halt gerade guckst du guckst halt durch den Eingang genau da musst du gleich links komplett links gehen warte du gehst links dann guckst du wieder zum Eingang dann musst du eigentlich wieder links dich halten ok einmal links geh zum Eingang dann hältst du dich wieder links also direkt links abbiegen runter 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 ja weiter geradeaus nein nicht da rein andere also geradeaus also da geht es aber nicht weiter da ist der Sackgasse ok ich bin schon fertig dreh ich um ja und geh nach links geradeaus geradeaus links komplett scharf links links nochmal ja ach ok Sackgasse verdammt die habe ich nicht gesehen sorry ja ist nicht so leicht vor allem da musst du wieder umdenken ja ist gleich vorbei also falsch gehen darfst du auf jeden Fall nicht ja ich wusste ja gar nicht wohnen ich sehe es ja nicht du warst eben acht weit weg von davon ok jetzt wieder ist eigentlich der gleiche Weg du musst nach links wenn du raus gehst hältst dich wieder komplett links gehst du gerade also nicht nicht abbiegen ja jetzt warte erstmal ja ist schon zufertig äh geradeaus also durch den Eingang ok du kannst ok du kannst resetten wenn du da drauf stehen bleibst auf dem Punkt scheint so alles klar ich muss immer gucken und jetzt du musst geradeaus dann rechts komplett einmal rund rum dann musst du links und dann nochmal ok einmal ganz rum komplett so weit wie es geht da ist jetzt keine Mauer die ich nie sehe gleich kommt eine Mauer und da musst du gleich jetzt links halten hier geradeaus genau rechts da rein ja ja schon richtig geradeaus nein nicht da ja du musst mir schon richtige Angaben machen das ich mach die Angaben wo ich gerade gucke ist aber der gleiche Weg wieder jetzt ist es halt links wieder scharf da unten rein ja jetzt ist das gleiche wieder halt einmal rum das ändert sich Gott sei Dank nicht also einmal hier den ganzen Gang da lang wenn du jetzt gerade lang gehst dann halt von dir aus jetzt rechts rein ja und dann und dann wieder links also einmal durch den Gang hier vor dir links ja ja das war zu zu langsam das war schon richtig die Ecke deine Ecke musst du rein hä das hat sich ändert ja jetzt jetzt macht ihr das Spiel nämlich wieder jetzt musst du nämlich nach rechts gehen nach rechts und dann hält sich links nein nicht da rechts das ist aber links wow ey war das geradeaus und dann ja das wird wieder lange dauern ja du musst mir richtige Angaben machen du gehst geradeaus in diesen Gang rein du siehst ja siehst du überhaupt die schwarzen Punkte auf dem Boden ja ja und dann musst du halt jetzt geradeaus also nicht das zählt ja eh schon machen wir weiter überhaupt das zählt ja schon solange du schon da runter bist ich hab mich ja extra auf den schwarzen Punkt gestellt weil ich dachte da läuft die Zeit nicht weiter nee nee der zählt nur nicht weiter wenn du bei der Anfangspotion bist also nein jetzt hat sich wieder geändert ach komm ja das ist diesmal genau andersrum wieder ach komm jetzt war ich doch schon bei dem Loch da fast ja jetzt war das und wieder geändert hat sich wieder geändert unten jetzt gerade ja 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 hier unten runter sieht es geradeaus wo du hinguckst dann rechts ja geradeaus fuck alten war das Junge das kann dauern jetzt Moment jetzt ist genau der gleiche Gang wie vorher wieder hier durch jetzt links scharf unter ja jetzt das genau gleiche wieder einmal komplett aus dem weiß ich nicht mehr jetzt wo du jetzt hinguckst nach links und dann geradeaus ja weiter 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 immer weiter weiter und jetzt musst du nach rechts und dann direkt wieder links ja ja und jetzt geht weiter mein gott jetzt warte vielleicht was machst du das wird ein problem jetzt ach du scheiße was ist das denn hä boah nee das können sie aber auf keinen Fall lang halt wahrscheinlich muss ich jetzt 20 Kurven laufen ja musst du ich weiß gar nicht wie das gehen soll wo du gerade hinguckst schon richtig halt ja das ist auch die einzige Möglichkeit dann musst du direkt nach links warte gehst nach links dann musst du nochmal nach links dann nach rechts dann nach rechts dann nach links nach rechts Moment ja das ist zickzack das ist wirklich ohne scheiß jetzt das wird neutral ach du scheiße du hast gesagt ich muss zweimal links dann muss ich zweimal rechts links ich gehe einmal von aus wo du halt hinguckst geradeaus ja genau nach links musst du dann nochmal nach links und dann rechts wenn halt nix abbiegung halt kommt ne ja immer nach rechts äh da musst du warte mal hier links also erstmal geradeaus dann links links rechts dann nochmal rechts und dann noch dann nochmal links dann nochmal rechts und dann direkt wieder links Gott Alter da komme ich nie an links nochmal rechts links rechts Junge und dann Alter wie zum Geier ey und dann noch dann rechts und dann einfach nur geradeaus und dann ein Punkt fuck okay viel Spaß allen links links rechts 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 wieder links rechts da war kein rechts ja rechts rechts noch weiter jetzt hier runter Alter warst du schon nee ich muss aber den Weg finden wieder jetzt sag mir mal wo ich bin ich hab keine Ahnung ach du scheiße ja dachtest dass das eine gerade kompliziert war jetzt ich sag dir ja nix äh wo du da gerade hinguckst ist schon mal richtig halt das ist der einzige Weg auch wieder aktuell wie immer hä ich schaue aktuell auf ne Mauer ja wo du halt wohin schaust das ist halt irgendwie müsste ich seh's ja das ist ein Gang wo du jetzt hinschaust das ist ein Gang der dann von dir also von dir aus gesehen nach rechts abgeht mhm und dann bist du wieder in so einer Mitte dann musst du halt den einzigen Ausgang wieder nehmen mhm und dann gehst du eigentlich immer nur in eine Richtung aktuell im Moment und dann gehst du von den wenn du halt wenn du halt durch die Mitte bist gehst du einmal nach links dann nach rechts warte ich muss ja immer bei mir immer erstmal klarkommen wieder du gehst also in Gang da lang also geradeaus ein bisschen wieder dann gehst du rechts bis in der Mitte und müsstest eigentlich wenn du rechts gegangen bist nur geradeaus gehen weil du müsstest eigentlich die Eingänge sehen die einmal komplett durchgehen also musst du eigentlich nur geradeaus gehen und sobald du halt wieder eine Wand siehst musst du dann nach links dann gehst du nach rechts mhm dann nochmal nach rechts dann musst du wieder eine Welt eine Weltreise machen also komplett einmal wieder ganz nur geradeaus stur okay bis dann wieder eine Wand kommt dann musst du wieder nach rechts dann nochmal nach rechts und dann gehst du mit den Nerven auf Kunst rechts das macht mich fertig ey du gehst da rechts dann drehst dich nochmal also rechts drehst dich nochmal nach rechts gehst dann gehst dann fuck da musst du glaube ich nach links also ich sehe mich schon von vorne anfangen ja ich auch also rechts ja geradeaus durch die Mitte links links rechts rechts geradeaus geradeaus einfach mal geradeaus bis die Wand siehst oha kannst sprinten so ein bisschen wie denn rechts rechts nochmal nein komplett scharf rechts ja links der Punkt der Punkt der Punkt schnell ich stand zwei Zentimeter vor dem Punkt auch das Spiel komm den salieren das reicht jetzt von der Hohn jetzt müssen wir vorne wieder anfangen ja müssen wir lassen wir schauen rechts ja da das hat es schon fertig ja da den einzelnen Weg ja das ist schon richtig ich sag gar nichts mehr nee ich kann ja gar nicht anders so wohin jetzt da nicht rechts rechts na der wäre es gewesen wahrscheinlich ja das war der auch jetzt hat sich das wieder geändert so rechts dann hier dann da ja ist der gleiche gegangen wieder nicht in die Mitte rein du musst da weitergehen wo du jetzt drauf bist jetzt nach links oder rechts 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 jetzt müssen wir warten warte 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 bevor du jetzt irgendwas machst hier Junge bevor du irgendwas machst das ist mir wieder das ist mir wieder der scheiß jetzt musst du direkt du dir drauf anguckst wo du drauf hinguckst rechts rein dann läufst du erst mal bis du wieder die nächste Wand siehst gehst dann links dann noch mal links oder ich leite dich einfach an ich habe hier halbe dehydriierung bei gefühlten 1000 grad hier im büro also raus und rechts und dann rechts und dann gehst du direkt wieder links gehst du weiter bis du eine Wand siehst Moment das ist nicht so scharf rechts einfach nur rechts hier ne dann wenn du eine Wand liest liest du direkt scharf links komplett links einfach rum ja dann hier rein direkt das geht so ein Weg weiter 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 einfach weiter geradeaus links scharf links hier dann scharf rechts wieder aber es wird besser ja das nächste bescheidene Rätsel sagen wir mal so jetzt hier links direkt scharf links ja geradeaus ja und dann sollte ja muss einfach die genau das ist die Weltreise wieder hier einmal rundherum bis du die nächste Wand siehst die gleich da ist dann musst du einmal hier rein und dann links wieder geradeaus ja hier da ist richtig schon genau jetzt kommt wieder das mit jetzt der zigzagkurs ja links scharf wieder scharf rechts dann rechts rein hier rechts dann geradeaus links wieder geradeaus hier rein rechts runter und jetzt wieder runter 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 hier ja 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 das war ich kann mir das ich kann mir den ich kann mir den letzten Punkt einfach nicht merken ja hier runter ja jetzt rechts rein scharf rechts halt komplett einfach rum dann hier wieder scharf rechts ja das ist wieder ja das ist wieder so ein zigzag Scheiß das ist wieder das gleiche du musst hier einmal ganz leicht nach rechts wo du gerade schon hingeguckst also eigentlich schon die Richtung ist gerade schon ganz gut dann wieder bis zu der Wand dann ganz scharf links rein scharf also rechts jetzt weiter 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 einfach direkt auf der links dann scharf links hier wieder wieder scharf rechts hier oh jetzt warte ganz ich warte alter jetzt muss ich erstmal gucken du musst hier du musst hier eh rumdrehen ich muss mich umdrehen naja das geht das geht nach hinten raus ich glaube auch das geht nach hinten los ja du gehst eigentlich gleich warte ich spreche jetzt nur für mich ne jetzt also nicht wieder hier direkt scharf schießen direkt du musst hier runter dann hier erste Banty dann quer kommt scharf links komplett scharf rechts weiter okay ist gar nicht so kompliziert kannst du gehen so wie muss ich lang einfach geradeaus jetzt aktuell also so wie das sich gerade führt es geht gar nicht gerade aktuell jetzt scharf links rein also komplett einfach rum ne und jetzt die nächste direkt wieder scharf rechts und dann einfach auf der Spur bleiben ja und jetzt gleich wieder rechts und wieder links und geradeaus einfach nur ja jetzt Moment jetzt musst du mich wieder in die Mitte oh ich hölle die ist pure Hölle pure Hölle gerade aktuell ich muss es ja auch laufen die ganze Zeit du guckst ja gerade die Wand an ja ich guck die Wand an weil sie so hübsch ist da musst du da musst du jetzt nach rechts einmal und dann eigentlich du siehst bestimmt wenn du einfach so schräg rechts guckst dann müsstest du eigentlich so gegangen sehen ja ich seh den ich hab blickig drauf genau da gehst du einfach gleich rein ja warte ja kann es glaube ich losgehen hoffe ich ich gehe das nächste jetzt scharf scharf links die nächste scharf links ja jetzt gleich wieder scharf rechts aber nicht zu scharf andere richtungen gedacht das war nicht scharf rechts ja rechts 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 fuck du hast gesagt rechts ich muss da scheinbar nach links ja es ist wieder hier rechts links direkt wieder nein nicht rechts nicht so weit rechts egal der war's ist das ist das nix was mir auf keks geht gerade links ja jetzt wieder links links direkt bleiben bleiben ja jetzt ist wieder die weltreise links ja links ja rechts rechts hier nein das ist links wieder du hast doch gesagt rechts rechts ja links dann aber wieder ja hier lang ja ist jetzt knapp jetzt will ich aber echt mal was wissen äh